Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Januar 2024. Dominik Freusie und Markus Somm. Ja, das WEF fängt heute an. Das WEF, das es schon seit den 70 Jahren gibt. Eine riesen Veranstaltung, eine berühmte Veranstaltung. Eine Veranstaltung, die die Schweiz bekannt macht und Davos vor allem auch bekannt macht, aber eben auch der Klaus Schwab. Dominik, wie muss man das beurteilen? Was ist wichtig, um zu wissen, wer kommt, worauf man schauen muss und wie ist eigentlich die Bedeutung einzuschätzen? Ja, ich glaube, Bedeutung ist gross. Das darf man mal sagen. Es ist eine private Veranstaltung. Sie wird aber vom Bund massiv unterstützt. Die ganze Sicherheitsvorkehrung und so weiter. Es bringt auch der Schweiz etwas. Es ist gleichzeitig aber auch eine Plattform für Leute, die sich auf eine furchtbare Art inszenieren. Du hast den Klaus Schwab erwähnt. Es sind aber auch andere Grössen. Und es sind auch unsere Bundesräte. Es fällt mir eigentlich fast jedes Jahr ein bisschen mehr auf. Und es geht mir ein bisschen mehr auf den Nerv, wie man sich da inszeniert, jetzt wo man ganze Truppen von Instagram-Filmern dabei hat und jeder Händedruck und so. Es ist einfach ein bisschen absurd und es ist ein bisschen mehr Dezentheit, ein bisschen mehr Coolness, fände ich jetzt persönlich noch gut. Ich glaube noch, dass es irgendwo eben schon auch im Image von unseren Schweizer Bundesräten schadet. Weil die Leute kommen alle ins WF nicht weg der Schweiz. Die kommen dort hin, vielleicht wegen Davos, weil es ein paar Berge hat, die es noch schön finden. Aber die kommen nicht weg der Schweiz. Und unsere Bundesräte können sich so ein bisschen wie Hotelier aufdrängen, wo irgendwo auch noch ihre Enkel vorführen wollen. Und ihre Urenkel. Man muss sich so vorstellen, der König kommt in ein Hotel, irgendwann in den Grindelwald. Und nachher muss er die ganze Zeit mit dem Hotelier reden. Und das will er nicht. Und es tut mir leid, Viola Amherd, auch wenn sie Bundespräsidentin ist, sie ist nicht Priorität. Und irgendwo habe ich auch irgendwo den Verdacht, die Bundesräte überschätzen das. Sie töten auch das Missbrauchen. Sie schadet eigentlich dem WF, weil eben die Leute haben anders zu tun. Sie wollen eigentlich gar nicht mit unseren Schweizer reden. Das ist mal der erste Punkt. Und das Zweite, wo man einfach mal betonen muss, und da würde ich allen einen kleinen, kurzen Film empfehlen, den Ben Shapiro gemacht hat. Das ist überhaupt eine sehr gute Reihe. Ihr müsst mal auf YouTube schauen. Einfach Facts. Ben Shapiro, Facts. Und dann tut ihr einfach mal das WF ein bisschen vorstellt, einschätzen, was das heisst. Und dann muss man halt schon sagen, und da ist halt auch Klaus Schwab. Er ist eigentlich wie doppelt vorbelastet. Er ist Ingenieur. Das heisst, er ist ein bisschen ein Technokrat sowieso. Und er ist noch ein Deutscher. Und Deutschland hat halt eine politische Tradition, die sehr top-down ist. Also wenn man so die Verlautbarungen gehört, vom Klaus Schwab, aber auch vom WF, dann muss man schon sagen, sie bilden sich schon ein. Sie sagen eigentlich die Weltregierung. Und das Zweite, und das finde ich noch viel schlimmer, sie gendet allen diesen Leuten, die dorthin kommen, den CEOs, den Präsidenten von grossen Unternehmen, aber natürlich auch den Politikern so das Gefühl, eine Elite, eine globale Elite kann eigentlich die Welt führen. Das können sie natürlich nicht, aber diese Illusion, glaube ich, ist wirklich richtig schädlich. Mir ist das eigentlich erst richtig auffallend jetzt bei dem kleinen Film von Ben Shapiro, die Einbildung, die die Leute haben. Und sie schatten, die ganze technokratische Vorstellung. Du kannst zum Beispiel die Dekarbonisierung praktisch in Davos beschlissen und dann kommt es, das kommt schon sehr stark an vom WF. Es stellt natürlich die Marktwirtschaft auf den Kopf. Die Marktwirtschaft, die freie, offene Gesellschaft, ist das System, das genau nicht eine Elite macht, sondern wo die Freiheit besteht und sich die durchsetzen, die vielleicht nicht in Davos waren, aber die besseren Ideen und die besseren Konzepte haben und sie besser umsetzen. Das ist sicher so ein Punkt, wo mir wahnsinnig aufgefallen ist, auf allen Kanälen oder alle Bundesräte, alle auch, weißt du, es hat noch so Regierungsräte, auch Nationalen und Ständeräte sind dort, alle schütteln die Fotos mit der Uschi von der Leyen. Und das ist wirklich, also man macht jetzt da die Rahmenverträge PR und mit absurden Sachen. Ich habe da einen Regierungsrat, Bühler, ich glaube, das ist ein Bündner, ich weiss nicht einmal, welche Partei, das ist komplett unwichtig, hat irgendwie erzählt, wie toll die Rahmenverträge werden, obwohl sie gar noch nicht verhandelt sind. Wahrscheinlich hat er auch bei der Umfrage vom GFS im Auftrag von Interpharma teilgenommen. Das ist alles so, das sind so Hurra-Hurra-Pekinesen, wo da eine Schlange steht bei Ursula von der Leyen. Und du sagst richtig, sie hat wahrscheinlich anders zu tun. Das sind wirklich so Jubelpersen, jetzt sind wir einfach Jubelschweizer. Ich weiss nicht, ob wir den Begriff kennen, Jubelpersen, das ist geprägt worden seit der Zeit in West-Berlin, wo der Shah von Persien einen Besuch gemacht hat in Deutschland und vor allem in West-Berlin. Da gab es ja grauhafte Demonstrationen von den 68ern damals von der Studentenbewegung. Gegen den Shah, weil der Shah hat ja als schlimmster Diktator im Nahen Osten gegolten. Wenn man jetzt schaut, wie Iran jetzt aussieht, würde ich sagen, der Shah ist wahrscheinlich um einiges besser gewesen, als was wir jetzt haben. Aber zurück zu den Jubelpersen, das waren eben Perser damals, die man angestellt hat, die den Geheimdienst von Persien angestellt hat, zum Jubeln, damit der Shah von Persien nicht nur Pfiff und Bauernhaufen gehört. Und jetzt sind Davos halt die Jubelschweizer. Und der oberste, ich muss noch erwähnen, der oberste Jubelperser in Sachen EU ist der Roland Mayer. Genau, Roland Mayer, Roland Mayer, Roland Mayer, das ist der Jubelperser von der EU in der Schweiz. Das ist die fäufige Kolonne. Das sind Leute, die im, ja nicht gerade im Sollt, das nicht, aber im mentalen Sollt von Brüssel stehen und eigentlich uns immer vorspiegelt, sie sagen, auf der Seite der Schweiz und eigentlich die Interessen von einer Grossmacht der EU vertreten. Vielleicht noch schnell zwei Sachen, die du gesagt hast. Erstens wegen der Marktwirtschaft und WEF, das ist genau richtig, das hat Benjamin Shapiro gesagt, das ist in seinem Film auch, hat Klaus Schwab im Prinzip kontrastiert mit Milton Friedman, der genau das gesagt hat, was du jetzt auch sagst, dass die Marktwirtschaft ist natürlich die einzige und die beste Institution, die wirklich die meisten grossen Probleme der Welt, nämlich Wohlstand, Hunger, Armut, auch Krankheiten und so weiter gelöst hat. Man muss sagen, die Marktwirtschaft hat zum Beispiel auch den medizinischen Fortschritt so weit gebracht, wie er jetzt ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, ist eben, Top-Down ist ja nicht nur gegen die Marktwirtschaft, es ist auch gegen die Demokratie. Es kann ja nicht sein, dass irgendwelche Leute wie Bill Gates oder Uschi von der Leyen einfach die ganze Welt regieren, ohne Abstimmung, ohne Wahlen, ohne Leute. Das ist absolut unerträglich. Und jetzt noch schnell zum letzten Punkt. Ich meine, die Uschi von der Leyen. Ich meine, das ist jetzt die unfähigste Politikerin, die Deutschland je hervorbracht hat in den letzten 20 Jahren. Das ist also objektiv. Sie hat überall jedem Ministeramt, wo sie war, ist eigentlich versäht. Sie hat auch nicht wahnsinnig viel bewegt in der EU. Und ausgerechnet bei ihr erhoffen sich jetzt die Schweizer noch grosse Durchbrüche, bis eben der Rahmenvertrag, wo es ja jetzt ganz schnell gilt, durchzpeitschen, ausgerechnet von der Uschi von der Leyen, der schwächsten Kommissionspräsidentin, die es wahrscheinlich je gegeben hat in Brüssel, bei der hat man das Gefühl, können wir noch etwas erreichen. Das ist erstens naiv, aber das Zweite, und das finde ich Dominik etwas, das ich nicht verstehe, warum Politiker das immer wieder meinen, sind wirklich das Gefühl, wenn man nett ist miteinander, wenn man einem anderen einfach mal ein bisschen Geld gibt, oder wenn man einfach lächelt und das Gefühl hat, oh, Uschi von der Leyen ist ganz nett mit mir, dann hat die das Gefühl, dass in den Verhandlungen das ein Wort nicht ist, dann bist du halt gerade umgekehrt. Du musst ein Arschloch sein wie Donald Trump, und dann setzt du alles durch, was du willst. Gut, das ist einfach der Fehler von der Schweizer Diplomatie, von der letzten, ja, was soll ich sagen, nein, mehr als 20 Jahre, ich würde sagen, mindestens 40 Jahre. Ja, über 30 Jahre, oder der Franz Blancart, der war noch der letzte, der nicht naiv war, die Jakob Kellerberger war auch nicht naiv, aber auf der falschen Seite, und dann fängt es an bösen. Ja, das ist wirklich so, oder, und ich meine, das ist einfach der grosse Irrtum. Natürlich sagen dann Diplomaten in der ganzen Zeit, ja, wir sind halt ein kleines Land, wir können nicht ein Arschloch sein wie Trump. Ja, natürlich hast du unter Umständen kein Drohpotenzial, oder, aber wir haben ein paar Sachen, die wir ins Feld führen können, und du musst halt vielleicht nicht drohen, aber laufst du halt vielleicht davon. Das Versicherungsabkommen zum Beispiel hat man 20 Jahre lang immer wieder verhandelt, ist wieder davongelaufen, ist wieder gekommen, hat wieder ein bisschen daran gearbeitet und so. Ja, man muss halt ein bisschen auf die Zeit spielen und nicht gleich durchdrehen. Der neueste Begriff übrigens in der PR-Abteilung von den Rahmenvertragsfans ist, man nennt das jetzt alles Stabilisierungsabkommen. Ist das nicht wunderschön? Das ist herzig, aber weisst du, was ist eben lustig und das weiss ich aus sehr guter Quelle. Im EDA, die wissen eben, die haben eigentlich auch im Laufe der Verhandlungen einfach nie mehr gewusst, wie sie es nennen sollen. Das ist ein riesiges Problem und sie haben sogar dann Excel-Tabellen hergestellt, wo dann, ich weiss nicht wieviel, 20, 30, 40, ganz kreative Nämmer doof gestanden sind und hat man nachrützeln, findest du das gut? Ich weiss nicht, eigentlich hat es vielleicht geheissen, Morgenrotabkommen, das andere hat geheissen Scheissabkommen und das dritte hat geheissen Unterwerfungsvertrag. Ich weiss es nicht, aber es zeigt eigentlich, dass der ganze Ansatz, jetzt sagen sie ja noch Paketansatz oder sie sagen Marktzugangsabkommen. Wir sind in der Weihnachtszeit immer noch ein bisschen Päckchen, das klingt natürlich gut. Nein, sie haben das Problem. Ich meine, sie wissen selber nicht recht, was sie nämlich wollen. Sie glauben da selber wahrscheinlich nicht dran. Ich meine, du hast ja das jetzt auch gelesen, das Common Understanding. Ich meine, das ist ja jenseits von gut und böse, was da die Schweiz zugesichert hat. Also da kannst du dann lang lächeln, wenn du das Gefühl hast, dass du da noch etwas ausholst. Aber vielleicht noch zum Punkt wegen dieser Diplomatie und von den Diplomaten, die sagen, ja, wir sind so ein armes, kleines Land. Ja, also Entschuldigung, die Schweiz verhandelt seit dem 16. Jahrhundert immer wieder mit dem Ausland und zwar häufig als Kleinstaat und es ist noch interessant, ich bleisse jetzt gerade ein Buch, wo es ein bisschen darum geht um Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz. Und das ist also sehr interessant, wie die Franzosen, und das sagen jetzt nicht einfach für die Galerie, die ganze Zeit sich beklagen, wie die Schweizer mühsam sind zum Verhandeln. Super. Das ist wirklich super. Also das ist eine lange Tradition, die wir gegenüber den mächtigsten Ländern der Welt früher noch immer gepflegt haben. Nein, die DNA der Schweiz ist als Kleiner eben gut verhandelt. Wir verlinken das Buch das ist eine Pflichtlektüre für Ignacio Cassis und alle anderen im ETA und für Roland Mayer. Ist das richtig, oder? Roland Mayer, Roland Mayer, Roland Mayer. Und jetzt, wer immer noch nicht schlafen kann, der muss jetzt aufpassen. Weil jetzt kommt eine wichtige Nachricht für alle Leute, die nicht so leicht schlafen, wie ich. Ich schlafe eigentlich leicht, aber ich habe natürlich selbstverständlich auch ein fantastisches Bett. Hört gut zu. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Ja gut, jetzt müssen wir nochmal, es hat ein bisschen auch mit dem Beif zu tun, aber es ist gestern passiert, noch nicht am WF, nämlich die Friedensbemühungen von unserem Bundesrat. Viola Amherd und Ignacio Cassis haben sich da sehr stark bemüht, Volodymyr Selenskyj da entgegenzukommen, ihm zu helfen. Ja, wie sieht das aus? Um was geht's? Ja, der Volodymyr Selenskyj will eine Friedenskonferenz in der Schweiz mit der Schweiz abhalten und er will diese machen, aber mit einer Friedensformel, die vorher schon klar ist. Und der wichtigste Teil von dieser Friedensformel hat er gestern verkündet im AW-Seit von Viola Amherd, die heisst, dass Russen jeden Quadratmeter ukrainisches Land inklusive Krim müssen hergeben. Und ja, es war halt wieder so eine Inszenierung im Land Sitzlohn, wunderbar, der NZZ berichtet noch, Megi, der berühmteste Walliser Marsch gespielt, nämlich den Marignan, das sei eben das, das sei eben das Zeichen der Neutralität. Der Artikel von David Biner und von Georg Häsler endet dann sehr pathetisch, das sei jetzt eben, das sei die Neutralität vom 21. Jahrhundert. Ich muss den Satz noch suchen, genau, die Schweiz demonstrierte mit ihrem Aufgebot am Boden und in der Luft oder weil man Selenskym hätte schützen müssen, die bewaffnete Neutralität des 21. Jahrhunderts. Das sei jetzt die neue Neutralität. Also das Wort Neue brauchen Sie nicht, natürlich, weil Sie das Gefühl haben, es ist nicht eine neue, sondern es ist die alte. Wir alle wissen, es ist eben nicht mehr die alte, natürlich nicht. Und es hat nichts mit Marignano zu tun. Genau, und die alte Neutralität würde natürlich bedeuten, dass wir zuerst einmal mit Wladimir Putin reden würden. Jemand, den ich nicht sehr schätze, den ich für einen, ja, wahrscheinlich sogar einen Kriegsverbrecher halte. Aber, also ich meine, man kann mit den Russen nicht Frieden schliessen, ohne die Russen. Und das ist jetzt überhaupt kein Thema gewesen. Von dem her, muss ich sagen, es ist unglaublich naiv wieder. Und es ist auch etwas, wo, ja, ich muss sagen, es ist einfach peinlich, dass sie in den zwei Bundesraten wissen es nicht besser. Wissen die es nicht besser. Es ist doch unmöglich, Friedensverhandlungen in die Schweiz und der Selensky macht Maximalforderungen und mit den Russen und mit dem Putin hat man gar nicht geredet. Also Entschuldigung, das ist einfach infantil. Ja, es geht schon ein bisschen die Richtung. Und es stimmt vor allem nicht überein mit dem, wo erst kürzlich die Ignacio Cassis, ich glaube, über das hat er geredet im Klosters, beim Gewerbekongress. Und dort hat er gesagt, ja, die guten Dienste, die tue man eben im Versteckten, die tue man eben ganz, von den meisten von diesen Sachen erfahre ich die Welt gar nie etwas. Ja, aber dann, und ein Tag später oder ein paar Tage später machen wir genau das Gegenteil. Oder ja, natürlich, wahrscheinlich, wenn es tatsächlich einmal so etwas im Frieden geben sollte und das wünsche ich allen Leuten in Russland und in der Ukraine, dann wird der nicht so deklamatorisch im Landseitslohn aufgeleistet, sondern dann wird er sehr still und leise. Vielleicht in Hinterzimmer angebahnt, ganz langsam, bis dann beide Seiten auch reif sind. Das ist offensichtlich nämlich im Moment nicht der Fall. Genau, und zweitens ist auch, ich meine, wieso müssen wir da überhaupt gute Ideen zu leisten? Wieso sollen wir da den Ort sein für Friedensverhandlungen? Was bringt uns das eigentlich, ausser die Ausgabe und viel Ärger? Das ist ja auch nochmal wieder ein eigenes Spiel von unseren Beamten und von ein paar Politiker, die es nicht merken. Einfach, dass sie sich wichtig fühlen können, dass sie, wo halt leider in einem kleinen Land geboren sind und da leben, gut leben, dass sie halt auf der Welt nicht so eine Bedeutung haben. Ein guter Freund von mir hat einmal betont, wenn man als Schweizer wirklich möchte internationale Karriere machen, dann hat man die Möglichkeit, aber dann muss man entweder in die Wirtschaft oder in die Forschung. Und da sind wir sehr spitzermässig und diese Leute können sich alle entfalten, die können sich absolut selber verwirklichen, aber man muss sicher nicht in die Politik, sicher nicht in die Diplomatie, sicher nicht in die Verwaltung. Wir sind die Opfer seit 700 Jahren eines der kleinsten Länder der Welt. Wer Politiker wird werden, weil er das Gefühl hat, er könnte auf der Weltbühne eine grosse Rolle spielen, der ist am Falschen. Alle derzeitigen Bundesräte und National- und Ständeräte sind selbstverständlich von dem Verdacht, dass sie zweite Garde sind, ausgenommen, oder? Ja, da bist du es nicht. Nein, wir sind nicht zweite Garde, wir sind 18. Garde oder 55. Garde. Das hat man gesehen. Ja, hört mal auf, das ist absurd, einen schweizerischen Bundesrat interessiert niemanden und das ist gut so, wenn man unser Land immer wieder gut überleben konnte, genau aus dem Grund, wie sich niemand interessiert hat. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, der nämlich eine unglaubliche Stärke von unserem Land darstellt und das ist unsere Kasse. Oder ist er mal so gewesen? Wir sind eine reiche Republik gewesen und immer schon gewesen und wie steht es da? Da haben wir ein paar zwei interessante Wortmeldungen, Dominik. Ja, heute grosser Gastbeitrag vom Cedric Wermuth, Co-Präsident der SP, eigentlich auch immer noch in seinem Sabbatical, glaube ich, und von Sarah Weiss, Nationalräutin SP Basel und neue Präsidentin der Finanzkommission, musst du dir immer hin, musst du dir vorstellen, Sie sagen, die Schuldenbremse gehört dringend reformiert. Die Budgetdebatte hat gezeigt, die Schuldenbremse verhindert Investitionen und richtet Schaden an. Vor allem einen Schaden an den linksgrünen, treuem Geld auszugeben. Und sie möchten dann Vorschläge, wie man sie reformieren könnte, also insbesondere muss man das sogenannte Ausgleichskonto, also das müssen wir irgendwie lockern, so dass man, wenn man eben weniger Geld ausgibt, dass man das später wieder anrechnen und mehr Geld ausgeben. Es geht am Schluss wirklich nur darum, oder linksgrün hat ein riesiges Problem, weil man finanzpolitisch schwierige Zeiten bekommen, das haben sogar jetzt die roten Brüder und Schwestern gemerkt. Und jetzt muss man natürlich, es gibt zwei Varianten, entweder weniger Geld ausgeben, sparen, oder weniger schnell ausgeben, so muss man sagen, oder die Schuldenbremse lockern. Und für sie ist klar, man kann nur die Schuldenbremse lockern. Lustig ist einfach, dass am gleichen Tag in der Finanz- und Wirtschaft der Christoph Schaltdecker, einer von denen, der damals mitgeholfen hat, beim Kasper Filiger die Schuldenbremse zu implementieren, eine Zahl bringt, Fakten bringt, der Staat kostet doppelt so viel wie 1995. Das heisst, es ist gar nicht so, auch bei den Investitionen, die das Paymer anmahnt, es ist gar nicht so, dass die Schuldenbremse das hindert, sondern es ist einfach so, dass man nicht noch mehr ausgibt. Genau, und Investitionen sind ja zum Beispiel da, das könnt ihr lachen, es in der Sonntagszeitung, der Rico Bandli hat einen fantastischen Artikel gemacht über Nationalfondsprojekte, das ist ein Forschungsprogramm vom Bund, wo der Bund einfach Geld verteilt, irgendwelche Forscher, die gute Ideen haben. Könnt also mal lesen, was für Forschungsaufträge da vergeben worden sind, was für Schrott, was für Blödsinn, was für Unsinn, was für Geldverschwendung da unterstützt wird. Das ist wirklich fast zum Brüllen und die gleichen Leute haben das Gefühl, ja der Staat, der wird ausgehungert und wir haben kein Geld mehr für Investitionen. Das ist wirklich gut. Aber ich finde auch lustig, bei Cedric Wehrmuth, oder das ist ja eigentlich wirklich der Klassiker, wir haben vorher vom WEF geredet. Es ist genau der gleiche Geist, der die globale technokratische Elite ergriffen hat. Erstens, wir entscheiden, was läuft, das heisst die Schuldenbremse zum Beispiel, wo man glaube, wie viel? Fast 80% der Bevölkerung haben zugestimmt. Ich meine, das ist ein ganz starkes Votum. Das ist so stark, dass man sicher mal einfach 10, 15, 20, 30, 40 Jahre die Schnorren hebt und die Kopfentdeckel sich nicht getraut. Die AHV ist weniger deutlich angenommen worden und wir tun sie auch nicht jedes Mal in Frage stellen. Also man zeigt mal, dass man schlechter Demokrat ist als Cedric Wehrmuth und das passt natürlich zu der Mentalität der globalen Elite, die Demokratie eigentlich sowieso für eine Störung findet. Und das Zweite, die typisch ist, einfach Geld ausgeben, auf eine Art, die den Leuten gar nicht bewusst ist. Schaut mal, wie der Schaltdecker das vorrechnet. Es ist nicht normal, wie viel Geld wir vor allem für das Soziale, für die Bildung und für den Verkehr ausgeben. Landwirtschaft und Armee, also zwei Pösten, die immer die Linken auch noch kritisieren. Das sind alles kleine, kleine Pösten. So, jetzt gehen wir zum letzten Teil, noch eine ganz gute Geschichte von der Prime News, die Nils Hinden gemacht hat, ein ehemaliger Kollege von uns, es geht um die Polizei in Basel. Ja, das ist schon spannend. In Basel, wenn du Asylbewerber bist, kannst du bis zu 300 Franken klauen in den Läden und es passiert da nichts, die Polizei kommt gar nicht mehr und du kannst dann wieder zurück ins Asylbewerberheim und wenn das natürlich, kannst du ausrechnen, wie lange hat man für so einen Ladentiebstahl eine halbe Stunde. Das heisst, du kommst also auf einen Stundenlohn, gut, du musst noch dein Delikt gut heimbringen, aber kommst auf den G. Aber du hast ja das Geha überkriegt, oder? Du kommst ja das Geha über, wo wir auch noch zahlen, dann kannst du ein Trämmchen hocken und heimfahren. Grossartig, also kommst du auf einen Tageslohn von 2-3'000 Franken. Und wir sind ja der Nebelspalter und die haben jetzt sicher das Gefühl, wir haben das erfunden. Das ist Realität. Das ist Realität. So weit sind wir. Und die gleichen Leute, die das gut finden und eingeführt haben, wie der Cedric Wehrmuth geistig eingeführt hat, die finden, wir haben zu wenig Geld und wir sollten die Schuldenbremsen aufnehmen. Also wenn wir Geld haben, dass jeder Asylsuchende einfach kann irgendwo in Migros gehen und sich für 300 Franken schnell eindecken kann, jeden Tag kann er ja das machen. Das spielt gar keine Rolle. Die Polizei kommt gar nicht mehr. Wenn ein Schweizer dann beim Parkieren zufälligerweise drei Minuten oder drei Sekunden länger bleibt, als dass der Stadtpolizei Zürich oder Basel oder St. Gallen passt, dann wird das sofort gebüsst. Wir müssen am besten gerade ins Gefängnis. Ich finde, wir müssen eigentlich gerade ins Gefängnis. Nein, wir sind nicht mehr ganz bachen. Hört mal zu, wir sind nicht mehr bachen. Kämpfen gegen die Kreise, die solchen Schrott gut finden. Wir haben darum auch Frau Eimann, das ist Polizeidirektorin von Baselstadt, zum Löhli des Tages gehört. Das hat sie wirklich verdient. Das hat sie extrem verdient. Und wenn sie so riten macht. Übrigens, es ist andere pseudobürgerliche. Teig oder Baselteig. Mal eine grosse Partei von Baselteig und heute noch eine Elite. Nein, eine Glonveranstaltung offensichtlich. Gut, wir sind noch bei den Fragen, der letzten Frage, die ihr uns gestellt habt. Wie gesagt, wir haben so viele Fragen bekommen, dass wir gar nicht alle beantworten können. Wir müssen jetzt zwei Jahre Fragen beantworten. Das machen wir nicht. Aber heute ein ganz guter Hinweis. Dominik. Ja, Lukas und Fabienne, sie schreiben, sie sind zwei begeisterte Zuhörer von Bern Einfach. Sie fragen, was wir denn davon halten, wenn Steuerzahler bei der Steuererklärung ein bisschen mitbestimmen könnten, wie man das Geld braucht. Also, ob man es für Kultur, Gesundheit, Verkehr oder Bildung ausgibt und was man damit macht. Sie schreiben auch, als Lehrer würden wir beispielsweise der Volksschule momentan unser Steuergeld nicht oder weniger zusprechen, da wir erlebt haben, wie das Geld verpufft wird, um ideologische Konzepte durchzusetzen, die in der Praxis zu oft nicht oder nur bedingt umgesetzt werden können. Also, sind Lehrer und sie wollen in der Schule kein Geld mehr geben. Das ist doch grossartig. Das ist grossartig und ich muss den Leuten noch einmal gratulieren. Fabian Dukas, habe ich den Namen richtig gemerkt? Nein, das muss ich gratulieren, das ist wirklich eine gute Idee. Das war ja eine Idee von einem ungarischen Minister, hast du mir vorhin erzählt. Das ist wirklich eine saugute Idee, weil man muss sich mal vorstellen, was das heisst, dass erstens könnt ihr den Reben dort mal kürzen, was ihr nicht möchtet. Wir haben zum Beispiel Asylpolitik, wir haben es jetzt gerade gehört, also wenn wir genug Geld haben, das bei uns jeden Asylbewerber einfach in die Migros kann und sich eindecken und klauen kann. Diebstahl ist gar kein Delikt mehr, das schaffen wir jetzt ab, aber Packbussen wie gesagt, ist das Problem. Nein, das ist das Erste und das Zweite ist eben, man könnte zum Beispiel den Nebelspalter unterstützen mit dem Geld, könnte man auch. Wir würden dann zwar ablehnen, weil wir würden sagen, wir nehmen keine Subventionen, wir nehmen kein Geld vom Staat, aber es ist wirklich und ich meine es ganz ernst, es wäre etwas sehr Gutes, es wäre nämlich auch gut für den Steuerzahler selber. Der Steuerzahler würde sich dann sehr verantwortlicher wieder fühlen für die Ausgaben und könnte dann selber auch viel direkter mitgestalten, was der Staat mit den Steuergeldern macht. Da hätte man wahrscheinlich dann ziemlich gute Ideen, da würden wahrscheinlich ziemlich viele gute Sachen plötzlich gefördert werden, während andere Sachen, die wir gar nicht brauchen, zum Beispiel auch die Kunstanlagen, die wir auf jedem Kreisel in der Schweiz bewundern können, die würde man wahrscheinlich nicht mehr unterstützen. Ganz gute Idee, wir unterstützen das, wir machen die Initiative. Gut? Ja, eben die Idee heisst die sogenannte 1%-Steuer noch schnell, die gilt dort für die Entwicklungshilfe und für die Kirche in Ungarn und auch in anderen Ländern reingeführt, Anfang 90er Jahre. Dort kannst du dann sagen, an welches Hilfswerk das geht oder ob es an die Kirche geht, dein 1%-Steuerbetrag. Oder eben für die Medien, du könntest, da ist 1% vielleicht ein bisschen zu viel, aber es steuert ein Zehntelprozent, oder? Und dann kannst du eben sagen, geht das an die SAG, geht das an den Nebelspalter, geht das an die WOTS zum Beispiel, oder und so weiter. Ja, genau. Und es gibt einfach den Wettbewerb um die besseren Ideen, um die bessere Politik, das ist ja die Idee, Lukas und Fabienne, wir sind voll dabei. Gut, Das ist es gewesen von Bern einfach an dem 16. Januar 2024. Tun ich von uns und Markus Somm auf nebelspalter.ch Könnt uns da auch abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Am besten einfach dort, wo ihr uns jetzt gefunden habt. Geht uns weiter empfehlen, reden von uns, gebt uns loben oder kritisieren, vor allem gebt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach. Sponsort von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.